Was geht Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Serie auf meinem Kanal. Wir spielen Project Cars und zwar habe ich Project Cars schon öfter mal so auf meinem Kanal gespielt, so einzelne Videos und die sind immer relativ gut angekommen eigentlich und ja, dann dachte ich mir eigentlich, wieso nicht, weil das Spiel ist eigentlich ziemlich witzig, ich habe es zwar nie viel gespielt, aber trotzdem wird es denke ich lustig, vor allem weil die KI hier manchmal sehr komische Sachen macht. Und ja, ich würde sagen, wir starten direkt eine Karriere, wir werden im Kart starten, also sozusagen ganz unten und wir werden versuchen in die Formel 1 zu kommen. Also unser Ziel ist es irgendwann eine Saison in der Formel 1 zu fahren und ja, ich bin gespannt, wie das so wird. So, Nationalität noch einstellen, da machen wir natürlich Polen, weil ich komme aus Polen, falls ihr das noch nicht wusstet. So, wo ist das? Da unten nochmal machen wir 99, das war immer irgendwie so meine Glückszahl, glaube ich. Keine Ahnung warum. Ich bin 99 geboren, vielleicht deswegen. So, aber dann sind wir auch schon fertig und hier können wir uns jetzt einen Startpunkt für unsere Karriere auswählen. Wir werden hier anfangen auf Stufe 8, also in den Cards, so ganz unten eigentlich. Und wir werden uns durch all diese Klassen hocharbeiten und hier ist die Formel 1. Das wird unser Ziel sein, es gibt danach noch LMP1, das ist glaube ich, weiß ich gar nicht, dieses 24-Stunden-Rennen von Le Mans und sowas, das ist da, also da kommen die ganzen richtig krassen hin. Mal schauen, ob wir das vielleicht auch schaffen, aber mein Hauptziel wird es sein, irgendwann mal in der Formel 1 hier zu fahren. Aber wir fangen ganz unten an in den Cards. So, hier haben wir unseren Vertrag. Okay, wir haben zwei Vertragsangebote und zwar von Torque Were Riders und von Dark Nitro. Will ich das wirklich gerade lesen? Ich nehme einfach mal Dark Nitro oder Dark Nitro, weil es sich das cooler anhört. This is where many successful racing champions started out and a great place to learn the basic principles of competitive racing. You'll start out in a short national series, followed by the Entry Karts Championship. Each round features a sprint race and a main race. Points are scored by the top eight finishers. Bonus points are awarded for fastest qualifying time and fastest race lap time. The pit lane is open for refueling, repairs and tire changes. It's time to start your karting career. Okay, danke dafür. Hier sind wir jetzt im Menü. Ah genau, hier an der Seite sind solche In-Game-Fans, die schreiben immer irgendwelche Sachen, zum Beispiel, ich kann es gar nicht erwarten. Ja, ich weiß nicht, darauf werde ich denke jetzt nicht so viel Wert legen, weil das ja nur so, ne? Das sind ja keine echten Leute, die das schreiben. Ähm, so, wir gehen mal zum Kalender und schauen wir mal, was unser erstes Event hier so ist. So, das sind die guten alten UK Kart Nationals. Ähm, okay. So, kurz zu den Einstellungen. Wir werden die Gegner mal auf 80 machen, so am Anfang, ähm, weil ich mir nicht so ganz sicher bin, was ich in dem Spiel so wirklich drauf habe. Und wir werden so ganz kurze Rennen machen, also immer so vier, fünf Runden rennen. Hier sind es sogar nur zwei Runden. Ähm, ja, je nachdem einfach, wie ich Bock habe, äh, Neustart zulassen. Ja, das sehen wir dann. Hoffentlich werden wir es nicht brauchen. Okay Leute, ich würde sagen, legen wir los mit unserem ersten Rennen. Okay, hier geht es jetzt gleich los. Das ist hier das Menü. Ich erinnere mich ehrlich gesagt gar nicht mehr dran, weil ich Project Cars echt nicht viel gespielt habe. Was ich noch sagen wollte, in der, in den ersten Folgen, wo wir in den Karts sind, werde ich noch mit Controller spielen. Normalerweise spiele ich immer mit Lenkrad, aber die Karts sind echt nicht so cool. Also ich bin froh, wenn wir die hinter uns haben, muss ich sagen. Ähm, ja, aber solange wir noch hier sind, werde ich mit Controller spielen. Äh, und außerdem werde ich auch versuchen, die, die ganzen Kartrennen so schnell wie möglich hinter uns zu bringen. Also in den ersten ein, zwei Folgen will ich die eigentlich weg haben, weil die Kartrennen sind nicht wirklich spannend, die sind nicht wirklich mega cool, machen eigentlich auch keinen Spaß. Also, ja, kriegen wir die hoffentlich schnell hinter uns. Aber ich würde sagen, legen wir los mit dem Rennen. Okay, hier sind wir. Wir starten Sechster. Und wie viele Lichter sind es? Keine Ahnung, ich kann nicht zählen. So, es geht los. Und das wird, das wird sehr interessant. Ich merke jetzt schon, wie scheiße sich dieses Kart anhört. Da ist einer innen. Oh, äh, sorry. Oh, Kollege. Sehr langsam, sehr langsam. Oder ich war zu schnell, das kann auch sein. Aber wir sind vor auf Platz 4. Sehr schön. Alter! Okay, was war das? Alter! Was ist das für eine Strecke? Irgendwie hier fliegt man die ganze Zeit. Oh, okay. Diesen Curb sollte man nicht bere... Oh, nein. Geh weg von der Wand! Und das war das erste Rennen. Wir sind sensationeller Letzter. Alter, ich muss sagen, diese Karts... Die sind so scheiße, ne? Die sind so kacke. Alter, okay. Aber zum nächsten Rennen. Es gibt, glaube ich, immer zwei Rennen. Mal schauen. Und Rennen Nummer 2. Wir haben sogar einen fliegenden Start. Äh, das wird sehr interessant. Was ich ehrlich gesagt gerade nicht verstehe, ist, warum ich mich vorhin auf diesem Curb so weggedreht habe. Also, das war ja schrecklich. Hier darf man ja gar nichts bringen. Auch wenn man... Hier, genau der war das. Als ich hab... Okay, das starten wir schön neu. Was ich sagen wollte, ich hab jetzt schon keinen Bock mehr auf Karts. Die Dinger sind wirklich so instabil und so kacke zu fahren. Einfach, das ist echt nicht schön. Wahrscheinlich fragen sich jetzt viele, ja, warum fängst du dann in Karts an? Aha. Frag ich mich auch. Ne, ich weiß nicht. Ich wollte einfach irgendwie so ganz unten anfangen. und mich so hocharbeiten und... Mein Gott, Junge. Bleib doch mal auf der Strecke, Alter. Was? Was? Oh mein Gott, Alter. Gleich hau ich meinen Controller hier weg. Man wird so vom Gras so angezogen. Habt ihr das gesehen? Oh Mann, Junge. Okay, Leute. Hier sind wir nochmal. Ich hab selbstverständlich... nicht neu gestartet. Ich hab jetzt auch mein Lenkrad angeschlossen, weil... Ich weiß nicht. Ich bin mit Lenkrad in Karts auch scheiße, aber... mit Controller geht das gar nicht klar. Oh, du Wichser. Ey, wie er mich auf den Körbler gehauen hat, ey. Oh mein Gott. Ich bin echt froh, wenn ich Karts hinter mir hab. Und letzte Kurve. Wir sind dritter. Ah, wären wir noch zweiter? Wären wir noch zweiter? Waren wir zweiter? Ja, okay. Es hat für Platz zwei gereicht. Sehr gut. Also mit Lenkrad geht es sogar teilweise, muss ich sagen. Na, ist nicht so schlimm. Aber mit Controller... Ne, da... Da, ne. Wirklich nicht, ey. Und wir sind jetzt auch zweiter in der WM. Hinter Thomas... Lioid. Okay. Alles klar. Das ist sogar unser Teamkollege. Okay. Nice. Und Runde zwei... Ist, glaube ich, wieder auf der gleichen Strecke. Ja, genau. Das ist die gleiche. Okay. Interessant. Vielleicht so eine bisschen andere Variation. Aber zumindest ist es der gleiche Ort. Oh, 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 oh. Na, sehr guter Anfang. Was ist denn hier los? Warum fliegen wir hier die ganze Zeit in die Luft? Und das ist definitiv nicht die gleiche Strecke. Das kann ich jetzt schon sagen. Okay. Das macht es aber auch besser. Weil ehrlich gesagt habe ich wenig Bock hier die ganze Zeit dieselben Strecken zu fahren. Oh mein Gott, Jungs. Was ist das? Was ist das? Oh, Junge. Du musst doch nicht so langsam. Die sind so langsam in den Kurven. Das regt mich richtig auf. Ich weiß nicht. Ich bremse hier. Oh, das war es schon. Aha. Wow. Nein, nein, nein. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Ich glaube, es ist jetzt voll das gute Rennen. Nein, 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 nein. Komm, wir sind in die Führung. Nein. Jetzt nicht verkacken, Alter. Und ein sensationeller Sieg. Ja, fantastisch. Schauen wir uns mal die WM an. Nein, das ist definitiv nicht die WM. Hallo. Okay, wir sind jetzt Dritter. Also noch haben wir die Chance zu gewinnen. Und die dritte und letzte Runde hier. Ich glaube, eine Runde bei Karts hat immer zwei Rennen. Also ein Sprintrennen und ein Hauptrennen, falls ihr das nicht verstanden habt. Okay, legen wir los. Mal schauen. Vielleicht können wir ja die WM gewinnen. Oder das ist keine richtige WM. Die UK Card Nationals können wir gewinnen. Oh, fantastisch. Und wir sind sogar auf einer anderen Strecke, habe ich gerade gemerkt. In Chesterfield. Okay. Nice. Wird interessant. Oh, das sieht ja richtig cool aus. Mal schauen, wie die wird. Oh, und wir starten sogar von Pole. Da, wo wir hingehören. Sehr gut. Oh, hier sind die Kurven, die wir auf dem Vorschaubild gesehen haben. Okay, und mein Lenkrad macht gerade richtig komische Geräusche. Hört ihr das? What the fuck? Was? Halt mal der Maul-Lenkrad. Alter. Okay, das ist interessant. Nein, nein, nein. Das hat mich jetzt richtig abgelenkt. Scheiße. Nein. Oh. Mann, halt der Maul. Was ist denn mit dieser Strecke los? Was machst du für Geräusche, Alter? Und letzte Kurve, wenn wir gewinnen wollen, dann müssen wir jetzt vorbei. Oh, das wird richtig knapp. Haben wir es geschafft? Haben wir es geschafft? Haben wir es geschafft? Ich glaube nicht. Nein. Um 15 Hundertstel. Ja, nice. Das ist genau das, was man sehen will. So, und der WM stand vor dem, ich glaube, letzten Rennen. Äh, ich glaube, man kriegt 20 Punkte pro Sieg. Also, können wir es noch schaffen. Aber dann müsste der gute Dennis Krimme schon richtig verkacken. Aber, ja, schauen wir. Man weiß ja nie. Nein, 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 nein. Fang nicht wieder mit sowas an. Und ein souveräner Sieg. Man kennt es nicht anders. Ja, definitiv. Aber, Dennis Krimme, wer kennt ihn nicht, war leider Zweiter. Von daher denke ich, dürften wir das verloren haben. Ja, leider. Da sehen wir jetzt Platz 2 sind wir. Okay. Das ist schade. Um 8 Punkte hat es am Ende leider nicht gereicht. Ja, die ersten Rennen habe ich halt einfach zu sehr verkackt, da auf der allerersten Strecke, wo wir waren. Naja, aber schauen wir, was uns als nächstes hier erwartet. Übrigens, was ich noch sagen wollte, wenn wir dann in die höheren Rennklassen kommen, wo es dann auch interessanter wird, da werde ich nicht so viel schneiden. Aber hier die Cards sind halt wirklich nicht so spannend. Also ich will das wirklich versuchen in den ersten zwei Folgen oder vielleicht sogar jetzt schon zu beenden, weil die sind einfach nicht so cool da. Hier passiert einfach nicht so viel. Die Rennen sind nicht sonderlich spannend. Also, ja, ich bin relativ froh, wenn wir hier weg sind. Oh nein. Unsere nächste, wie heißt das, unser nächstes Event hat 5 Runden. 5 Runden, Alter. Das heißt, man muss 10 Rennen fahren, immer ein Sprintrennen und ein Hauptrennen. Willst du mich verarschen, Alter? Das, oh nee, also die Cards, nee, Junge. Aber okay, Leute, ich mache das direkt noch in dem Video. Dann haben wir es hinter uns. Ich weiß nicht, wie viel ich euch davon zeige, aber ich will die Cards einfach weg haben. Ich weiß nicht, ob ihr Project Cards habt, aber wenn ihr es habt, dann werdet ihr wissen, wie scheiße die Cards sind. Also, nee, das... Alter. Nein, 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 nein. Ich muss sagen, diese Strecke hier, die finde ich sogar richtig nice. Also, hier macht es sogar ein bisschen mehr Spaß. Die ersten Strecken, ich weiß nicht, aber... Also, ich weiß nicht, was ich über die denken soll. Aber die hier ist echt richtig nice. Das ist für so eine Cards-Strecke, Alter. Stell dir mal vor, man könnte in real life hier so fahren, ey. Also, ich weiß nicht, gibt es die Strecke in real life? Wahrscheinlich schon, ne? Also, ich denke nicht, dass die hier so Strecken erfinden. Das wäre absolut der Shit, mal in echt hier so zu fahren. Das wäre... Das wäre richtig Hammer. Jetzt sind wir wieder auf dieser Kackstrecke. Und nur, um euch mal anzudeuten, wie lange das dauert, ich nehme gerade seit 35 Minuten auf. Ich weiß nicht, wie lange das Video ist, das kommt darauf an, wie ich das dann schneide, aber... Also, ich weiß nicht, so schrecklich zu fahren sind die Cards gar nicht. Aber so einfach, die Rennen sind nicht spannend. Man bettelt sich kaum mit denen hier. Ja, das ist das größte Problem eigentlich daran. Was ist das denn? Fick dich! Du Bastard! Mann, ich fasse dich! Nein, komm, bitte. Bitte, geh weg, geh weg, geh weg! Oh, Mann! Was ist das? Ein wunderschöner Pöller, der hier mitten im Weg steht, ey! Okay, das ist definitiv der erste Versuch, dieses Rennen hier zu fahren. Also, keine Frage. Was ich sagen wollte, ich rage hier ein bisschen viel, aber ich weiß nicht, diese KI ist so nervig in den Cards. Ich meine, ich weiß nicht, ich kann mich da einfach nicht zurückhalten. Aber wenn wir dann in den gescheiten Rennserien sind, wie dann irgendwie, keine Ahnung, was es da alles gibt, Formel C oder auch in den ganzen Tourenwagen-Sachen, da wird das dann etwas entspannter. Also, da werde ich dann nicht alle zwei Sekunden ausrasten wie so ein Psychopath. Aber hier, nee, ich mag die Cards hier einfach nicht. Aber trotzdem, das ist auch die Herausforderung. Und, ja, deswegen habe ich mich auch entschieden, die Cards auch, ja, zu spielen und nicht in irgendeiner höheren Klasse anzufangen. Schau mal, wie langsam er ist! Mann! What the fuck? Ich muss sagen, diese Dinger sind auch so richtig instabil einfach. Das fühlt sich nicht an wie ein echtes Card. Ich weiß, wie sich ein echtes Card anfühlt und das ist definitiv nicht so wackelig wie dieses Teil hier. Und, über die Linie, ein sensationeller fünfter Platz war das, glaube ich. Aber, Leute, ich würde sagen... Nein, oh mein Gott, bitte nicht neu starten. Das war es vom ersten Part Project Cards. Wir gucken uns mal die WM-Wertung an, bitte. So sieht es momentan aus. Nach zwei Runden. Es gibt fünf Runden in der einzigartigen Card-1-Championship. Ähm, ja, beim nächsten Mal werden wir das dann beenden. Vielleicht mache ich das auch offscreen, ich weiß es noch nicht. Ähm, ja, und hoffentlich kommen wir dann in der nächsten Folge schon in etwas mit ein bisschen mehr Power, mit einem... ja, wo die Rennen auch ein bisschen spannender sind. Aber, Leute, wenn es euch gefallen hat und ihr mehr Project Cards sehen wollt, lasst auf jeden Fall einen Daumen hoch da, abonniert den Kanal, um keine Videos mehr zu verpassen. Und vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, Leute. Hau rein und ciao!